Yo Leute, wir sind endlich wieder zurück nach der kleinen Sommerpause Minecraft Together mit dem frisch aus dem Urlaub zurückkommenden Ilias. Guten Morgen meine super verehrten Damen und Herren, ich begrüsse sie mit dem Super-Bug an den alles vernischenden, weltberühmten, alles zerberstenden Hyper-Gun natürlich, wer sonst? Und dem nicht Super-Welt-Bug, ach ne, haben wir sie gar nicht dabei. Ne. Und mir. Yay. Yo, ich bin aus dem Urlaub wieder da. Mir haben wieder Zeit, lass mal hier die Kohle mitnehmen, bitte. Äh, ja. Ich bin aus dem Urlaub wieder da, habe Zeit gefunden und hab keine Fackeln mehr. Hast du mal Fackeln für mich? Ich hab auch nur noch 20. Yo, das ist gut. Ja, lass die Kohle hier mitnehmen und dann irgendwie abhauen. Warte, was hab ich denn hier, ach, das ist Eisen. Ah, okay. Ich bin... Ja, ja, ja. Können wir machen. Ich hab schon seit Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt. Ja. Ah. Es ist natürlich Nacht, war ja klar. Mhm. So, jetzt müssen wir einfach gucken, das war... Achso, hast du ne Ahnung, wo es lang geht? Ja, äh, warte. H war, glaub ich, Haus, ne? Dann müssen wir hier lang, dann folgen wir mal. Ja. Hm? Wo bist du? Hier. Wo ist hier? Im Wald? Nein, 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 nein. Komm einfach mit, komm mit, komm mit. Ja, ich versuche es, aber, ähm... Das Dorf bist du... Nein, 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 nein. Ich will jetzt hier nicht sterben, Leute. Das war keine gute Idee, dass wir jetzt losgegangen sind. Komm einfach hier mit rüber. Ist das noch die richtige Richtung? Ja, ja, schräg links jetzt, Nordwest. Nee, komm mit, komm mit hier hin. Du musst mir ungefähr die Richtung sagen, weil abhauen war ja noch nie so deine Stärke. Genau wie Tänken und Bauen und Sammeln. Kommt gleich ne Schneewelt. Ja, ich weiß. Wir gehen aber hier lang. Oder ist Haar Höhle? Äh... Nein, normal nicht. Na gut. Oder warte, vielleicht hast du recht. Nee, komm. Nee, normal nicht. Was hast du noch für Wegpunkte? H... A und G. A war... Nee, G war Glory Hole. Er ist hinter uns. Genau. Und A ist... At home. Ohne Witz, das kann wirklich sein, ne? Wo ist A? Hinter uns. Nein. Doch. Nee, hier ist nämlich die Lava. Ah, ja, 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 genau. Lauf nicht so schnell, ich kann nicht mehr lange laufen. Alter, hier sind Schweine. Ja. Apropos Schweine, da müssen wir welche mitnehmen von. Ja, willst du jetzt den ganzen Weg schleppen, oder was? Müssen wir. Ja, nee, ist klar. Ja, komm, bisschen Hafer. Werden wir doch irgendwo herbekommen. Ich hab keinen dabei, aber... Ich auch nicht. Ist doof. Ach komm, machen wir nochmal. Ist doof. Wissen jetzt, wo die... Warte, ich soll einen Wegpunkt machen? Schweine. Nee, lass, warte. Ich hab grad was gegessen. So. So schräg weiterlaufen, dann kommen wir irgendwann da hin. Irgendwann. Genau. Mal überlegen. Hast du einen Timer? Nö. Aber ich hab ungefähr so die Zeit. Also... Im Blick. Ja. Stell dir auch einfach einen Timer grad. Ja, da muss ich erstmal so ein Spiel raus. Warte, warte. Der Baum steht ja irgendwie so schön, den will ich irgendwie mitnehmen. Keine Ahnung. Ach da. Ähm... Willst du schon was über die Projekte ankündigen? Ja. Wollte ich gerade machen. Und zwar... Leute, ihr wisst ja, ich war im Urlaub. Sille. Und da haben wir nichts gesendet. Da war der liebe Robin so freundlich und hat meinen Kanal übernommen. Und... Wir haben uns eben mal kurz belabert und mal nicht über das Saufen geredet. Gut, haben wir auch. Ähm... Aber... Wir haben mehrere Ideen für diese Welt hier, die wir allerdings noch nicht sagen werden. Und dann noch drei neue Projekte... Zwei. Zwei neue Together-Projekte. Wo bist du? Hinter dir. Ach. Zwei neue Projekte, die wir vorhaben zu senden. Richtig. Jetzt ist irgendwie die Musik ausgegangen. Das ist doof. Weil jetzt hat man das Tasten geklickt. Noch mehr. Moment bitte. Ja, du bist Ewigkeiten voraus. Nein! Ich hab mein Schwert weggeschmissen. Ne, ich meine jetzt, weil ich glaub, die Aufnahme hat grad irgendwie unterbrochen oder... Das siehst du ja dann später. Ja. Ich bin jetzt schräg vor dir rechts. Nehm ich noch auf? Ja, ich nehm noch auf. Ich lauf mal an dem Wasser hier vorbei, ich hab keinen Bock zu schwimmen. Wo bist du denn da? Jetzt... Äh... Wo bist du? Ach, da! Okay. Du läufst immer unten lang über Bäume, gell? Ja, ist wohl wahr. Musst du dir mal umgewöhnen. Macht vor allem auch mehr Spaß. Ich glaub auch, ja. Na dann komm mal hier hoch. Ich hab keine Möglichkeit gerade, ich lauf lieber jetzt hier unten mal. Doch, du kommst hier hoch. Warte... Da... Ah, hier kommen eh gleich keine Bäume mehr, also von daher... Mit zu mir. Wir müssen jetzt schwimmen. Müssen wir nicht. Doch. Ich lauf nicht außenrum. Wo bist denn du überhaupt? Im Wasser. Ja, toll. Hier ist ne kleine einsame Insel mit Baum. Ja, jetzt steh ich grad neben Bäumen, jetzt seh ich nix. Toll. Jetzt seh ich auch nicht mehr auf der Karte. Ähm... Ich steh gerade irgendwie an so Gebirgen. Okay, am besten Richtung großen Teich. Sag mir mal deine Koordinatas. Äh... Also Block. Also x bis z und darunter ist Block. 616. 616? Mhm. Und dann? 63. Okay. Alter, du bist fast 100 Blöcke von mir entfernt. Über 100. Ne, noch seh ich dich nicht. Aber... Gerade bei 700. Aber Leute, ich hab dafür was anderes gefunden. Warte. Scheiße. Ah, da, ich seh dich. Ich seh dich. Hier. Auf der Insel. Ja. Bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. In die Richtung wo ich jetzt gucke. Geh mal an dem Berg entlang, da hinten ist ein Hexenhaus. Ja, ich weiß, das hatte ich schon gesehen. Achso. Ja, okay. Hier, nimm mal die Dinger hier mit, bitte. Die... Lillipads. Genau. Lillipads. Müssen wir weiter darüber? Ja. Da hinten wo dieser große Berg ist, müssen wir lang. Lillipads. Also von... Da wo ich gerade eben hingelaufen bin, zu dir. Genau. Hm, okay. Ich hoffe, die Musik war auf 10, die richtige Lautstärke. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich hab die immer auf 8. Hm. Egal. Ja, wir sind hier richtig. Da hinten kommen diese krummen Bäume. Wer? Ja, diese komisch aussehenden Bäume da hinten zwischen den Bergen. Haben wir Möhren? Nee. A-I-S-E. So, Robin. Jo. Du hast hier nen Baum gefällt. Das kann möglich sein, ja. Ah, Lehm. Nimm... Lehm mit. Leaaam. Das ist doch kein Lehm, oder? Doch. Hier ist Erde. Das hier. Achso, da bei dir. Ja, okay. Da... Das ist kein Lehm. Das macht die Musik gerade mal leiser. Das macht die Musik gerade mal leiser. Das... Ich glaube mal hier hoch, dann kann man vielleicht schon ein bisschen mehr sehen. Nehmen wir auf? Äh, knapp... Für... Ja, sagen wir mal sieben Minuten. Jetzt... Müssen wir natürlich wieder runter. Das war klar. Warte, gras mal hier so ein paar Bäume ab. Ich will die Saplings davon haben. Warte mal, die haben wir schon. Akazienholz. Dann warte, dann ernte ich trotzdem hier die Rad noch ab. Ja, das war natürlich klar. Was denn? Dass ich da jetzt nicht drankomme. Oh. Holz, 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 Holz. Aber du kannst dir hier vorne mal einen Wegpunkt machen. Okay. Why? Da vorne ist ein schönes Hügelchen. Ah. Der Hügelgeile. Ah. Ah, wo müssen wir lang? Ähm... Wir gehen erstmal zwischen die Hügel da. Hier links rum. Und dann da links einfach die ganze Zeit, oder wie? Warte... Du musst... Oh, der Wasserfall ist geil. Ja, eben deswegen. Wir müssten jetzt wieder da hinten über... Da, guck mal, da ist unser Boot. Unser Schiff. Ah, okay. Ah, okay. Wir müssten jetzt über den Teich schwimmen. Ah, ah. Nicht? Du brauchst ein Boot. Wenn ich mich recht entsinne, liegt mein Boot sogar noch da hinten. Ne, meinst nicht. Kaputt. Was? Kaputt. Ja. Gehen wir kaputt. Kaputt. Also, Leute. Ich will mal nicht zu viel verraten, ja. Aber, wenn ich... Sehr, sehr großes Glück habe. Dann... Jump and run. Jump and run. Egal. Ähm... Wenn ich sehr, sehr großes Glück habe, kriege ich vielleicht... zum Geburtstag. Das kann man schon mal vorweg wagen, weil das ist auch was für YouTube. Ein eigenes Kart. Lol. Aber nur vielleicht, wenn alles gut klappt. Hm. Dann... Ich mach noch meinen Motorradführerschein. Ja, da bin ich natürlich auch dran. Ja, da bin ich natürlich auch dran. Habe ich heute so... Mein... Ich sollte einen Fahrlehrer so gefragt, ähm... Ich sag so, ähm... Ich bin ja wahrscheinlich so Oktober, November mit Autoführerschein durch. Und danach kommt ja Motorrad. Wie sieht das denn aus? Dann kommt ja der Winter, ne? Ja, das ist wohl wahr. Das stimmt wohl. Sagt der... Ich mach bei 4 Grad nix mehr. Ja. Sagt der... Der TÜV, sagt der, der macht bei 7 Grad nix mehr. Sagt der, weil es einfach zu gefährlich wird dann. Ähm... Vor allen Dingen wie ein Glatteis, Schnee und so weiter. Bei Schnee, sagt der... Sowieso nicht. Ist klar. Wie? Weil da legst du dich so auf die Schnauze direkt, sagt der... Dann hast du die Fresse... Ey, wir haben extra Schnee und Eisfahrten. Okay, nee. Wir haben sogar Geländefahrten bei unserer Fahrschule. Nee. Also für die Leute, die 125er, weil wir auch ne Endora haben. Sobald Schnee liegt, sagt der, fahr ich nicht, sagt der. Hä, klar. Wir machen immer Schneefahrten. Ja. Ist dem zu gefährlich. Nee, Spaß haben wir nicht. Wollte schon sagen, halt. Ist doch, äh... Ein wenig komisch. So. Ähm... Ist das hier die richtige Welt, oder ist das ne Kopie? Das Haus ist noch nicht fertig. Die Bäume waren schon immer so. Echt? Ja. Ja. Gut. Also. Wollen wir uns erstmal daran machen, da oben das Haus wegzumachen? Wäre, glaub ich, ne gute Idee, ja. Gut. Dann warte. Erstmal Inventory sortieren. Genau. Dann muss hier drinnen noch das gemacht werden. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott. So. So, Erze erstmal einschmelzen. Yep. Erstmal die Rotstoffe. Erstmal brauch ich Kohle. Oh Gott, wir haben fast keine Kohle mehr. Oh mein Gott. So. Guck mal bitte, ich hab ja... Klar. Wir haben fast keine Kohle mehr, ne? Ach ja. Oh. Und wir brauchen ein Kistensatiersystem. Ja. Definitiv. Das sollte ich auch noch machen. Da ist alles für'n Scheiß drin, was kann ich... Ah, die Pfeile kann ich da reinpacken, die Knochen... ... oder... ... oder... ... oder... ... oder... ... Kies... ... oder... ... Werkzeuge sind... ... oder... ... nein, nein, nein... ... Naturgedöns... ... starten... ... ja, Naturgedöns kommt da rein, genau, haste recht. Verrottetes Fleisch. Stopp, das kann ich ja da noch reinpacken. Knochen und Knochen. Oh, warum hab ich nur 16 FPS zur Hölle? Das kann ich dir nicht verraten. Ich auch nicht. Knochen sind in der Kramskiste. Mhm. Hier kommt Essen rein. Pfeile. Er ist clean... Ach ne... Oh, verdammt. Das wird natürlich jetzt selten... Guck mal, hier unten rechts hab' ich Gold drin. Also... Ja. Ich wollte das mal gucken, wo jetzt... Ja, kommt das rein. Zack. Oh, das Diurid und An, das sieht hier, ne? Hier, jo. Ja, da haben wir drauf oben. Jo. Ja, von dem Akazienholz haben wir auf jeden Fall was. Gut. Silly. Dann muss hier oben das noch gemacht werden. Also... Ach... 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 Warte, geht das? Ne... Ich wird jetzt her nicht kaputt machen. Wannst du... Ja... Moment, hat sie nicht ausgerüstet? Ja, ich bin ausgerüstet. Sehr gut. Okay... ery... Wollt ihr das Lava-Fall meditteln? Iss auch noch machen. 으er... Ist steht noch einige an, definitiv. Ich muss mal kurz meine Mikro rücken... Mal schau... Ach, da bist du rausgegangen. Mhm. Ich kokel gerade was. Ich kokel gerade was. Mhm. Also kokelst du was an. Jo, so. Das ist immer gut. Übernimmst du die obere Seite, dann mach ich hier unten. Lass doch zusammenarbeiten, komm mal her, dann zeig ich dir, wie ich meine. Ach so. Aber jeder immer eine Höhe. Ja, okay. Machst du das? Na gut, dann machst du oben, dann mach ich hier unten. Nee, ich meine jetzt jeder eine Schicht und du läufst hinter mir her. Ach so, nee, dann sind wir Ewigkeiten dran. Er dauert genauso lang. Ja, würde ich nicht sagen. Ja, doch, es sind doch genauso viele Steine abzubauen. Aber ich finde, wenn man das so macht, geht es schneller. Oh. Nee, weil wenn du unten abbaust und nicht oben, dann falle ich irgendwann runter, weißt du? Ja, gut, dann fange ich hinten an. Oder wir fangen, oder wir abmelden uns entgegen. Immer bis zur Mitte, also oben und dann... Ja, dann würdest du ja irgendwann auch runterfallen. Nee, wir warten. Ich zeig dir, wie ich meine. Und zwar, du fängst da, wo du jetzt gerade angefangen hast, die obere Schicht abzutragen und ich von der anderen. Ach so, okay. Ja, wird auf jeden Fall lustig werden. Definitiv. Wart man so an. Wer kam auf diese bescheuerte Idee, das Ding hier zu bauen? Wir beide, ne? Mhm. Ich meine, ja. Wenn da nicht sogar noch ein Dritter im Bunde war. Nee, harmlich. Meinst du nicht? Nee. Nee, dann waren wir da beide nur okay. Die zwei Vollidioten haben versucht, irgendwas zu planen, was nicht ganz funktioniert hat. Mhm. Na gut, ich sag mal so, das Gebäude sah an sich in der Kopie schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, nur da hab ich im Kreativmodus bestimmt sechs Stunden dran gearbeitet. Richtig. Ohne irgendwas neben mir noch zu labern und so. Ja, im normalen Modus wird das sicherlich 14, 15 Stunden dauern. Und dann noch im Let's Play, ne? Richtig. Das wird locker zehn Folgen oder mehr verbrauchen. Mindestens 30. Ja, könnte auch hinkommen. So, nee. Wie lang nehmen wir auf? Wir müssten jetzt gleich aufhören. Warte, ich mach grad noch die Schicht senden und dann... Die Schicht machst du senden. ...fabschiede ich schon mal. Ja gut, Freunde. Ich hoffe, die Folge 215 hat euch gefallen. Mein Gott, schon 215 Folgen. Leckt mich am Arsch, ey. Hm. Würde dann sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach hoch. Na, Alter, nach hoch. Meine Güte, ey. Nach oben da und... Warte mal. Ja, ich warte. Ich hab ne Idee, vielleicht Hühner Spaßbart. Hühner Spaßbart. Ne, aber jetzt kill nicht die Hühner. Nein. Aber ich hab ne Idee dafür. Willst du dich freilassen oder was? Nein. Ich wollt grad sagen, das wär ziemlich doof. Das war, warte. Ja, doch, das könnte passen. So, ich kann das schon mal weitermachen. Also, Freunde, ähm, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir würden uns freuen. Oder ein paar Kommentare, Vorschläge, was man alles noch so machen könnte. Natürlich auch. Sehr gerne. Und dann würde ich jetzt mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die wird genauso gut. Und ja, das war's von meiner Seite, ja. Sehr gerne, meine lieben Damen und Herren. Äh, ich habe dem Ganzen auch nichts hinzuzufügen. Demnach würde ich einfach mal sagen, lassen wir die Folge ausklinken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ihr seht diese Folge wahrscheinlich am Dienstag. Dann, demnach, sehen wir uns doch einfach mittwochs wieder. Denn es kommt jetzt auch wieder zweimal in der Woche. Tschüss. Tschüss.